Der Balkal braucht noch eine Scheinwerferhöhlenverstellung, das ist halt vorgeschrieben, ab einem bestimmten Barjahr, was weiß ich, seit 92, 93 und das ist so ein Teil hier, da hat man diesen Geber, der ist am Motorbrett verbaut, da gibt es ein Stellrad dafür, mit entsprechender Beschriftung und dann gibt es hier Leitungen, die sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, und hier vorne gibt es dann so Stellkolben, wenn man das sieht, wenn man dann so dran rumdreht, fährt der Kolben raus, kippt den Scheinwerfer an oder er senkt ihn ab, wenn man zum Beispiel das Auto hinten ziemlich stark beladen hat, so, das ist Vorschrift und das muss sein und das geht auch schnell kaputt, ich will heute nicht beweisen, dass man das reparieren kann, das ist ja so die Aussage, wenn das kaputt ist, ist es kaputt, das kann man extrem aufwendig reparieren, man muss es nämlich neu befüllen, wenn man Glück hat, hält das so lange, unser TÜV merkt es nicht, dass es nicht funktioniert, dass irgendwann die Schläuche brechen, weil die einfach hart werden, und dann ist ein zweites verloren, ansonsten werden die halt irgendwie undicht, vermutlich hier an diesen Übergängen von der Metallhülse zum Schlauch und verlieren Flüssigkeit und irgendwann geht eben eine Seite, hier geht es noch beide, geht eine Seite nicht mehr und die andere Seite geht, also die liegt jetzt schon ewig rum, die ist auch, die funktioniert, das gibt es in neu, das kostet, ich weiß jetzt nicht, 20 Euro, weniger, aber das Einbauen, wenn man Pech hat, alle 2 Euro vorm TÜV ist natürlich lästig, mittlerweile gibt es das elektrisch, schaut da mal bei dem Kanal von LadaPower vorbei, die haben das vor relativ kurzer Zeit gehabt, das kostet natürlich deutlich mehr, da gibt es dann elektrische Stellmotoren und hier oben einen elektrischen Geber, wo dann die Motoren rein und rausfahren, wir bauen das Klassische ein, bei A liegt es da und B ist es viel billiger, ausbauen geht ziemlich einfach, also wenn man es reparieren will, ist es eigentlich ganz einfach, man schneidet hier die Enden ab, hängt die Leitung nach oben, macht oben kleine Trichter dran und füllt dort die Tremschlüssigkeit ein, und dann tut man so lange unten hin und her pumpen, bis alle Luft Stück für Stück rausgeschoben ist, das ist ein enorm langwieriger Prozess, wenn der Schlaf fast leer ist, dann muss man ein bisschen Zeit haben und dann muss man sich eine Vorrichtung bauen, dass dieses Teil draußen bleibt, das würde ja so ausgucken, das muss man sich praktisch wie eine Klammer bauen, die das draußen hält, damit man das System befüllen kann, auch mit einem kleinen Trichter und dann muss man das hin und her pumpen, bis es volle Flüssigkeit ist, okay, Luft mehr drin ist, dann hat man praktisch alle beiden Teile voller Flüssigkeit und steckt die dann schnell zusammen, um dann festzustellen, dass die nicht ganz gleichmäßig gehen, dann muss man wieder ein bisschen Flüssigkeit ablassen, ich glaube, das muss man nicht haben, dass wenn das neue so wenig kostet, das ist nur rein für den, ich kann es, ich mache es, weil ich es kann, aber machen wir heute nicht, wie gesagt, ausbauen ist einfach, man schneidet es einfach ab und zieht dann die Leitung einfach raus, die sind ja unten an den Scheinwerfern festgemacht, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, hinter den Scheinwerfern müssen, die müssen dort nie unbedingt raus, aber was jetzt hier nicht schön ist, ich habe nie mitgedacht, die Radkästen müssen raus, theoretisch, wenn man nie weiß, wie es geht, wenn man mal gucken kann, und dann liegt die Leitung halt hier im Auto lang und dann geht die hier in den Innenraum, das ist so eine extra Öffnung dafür, die Gummi sticht das dann ab, die sind da zu und dann kommt hier halt der Stellgeber hin und es ist, das ist eigentlich einfach mit einer Mutter, also den Knopf abziehen, die Mutter abdrehen, den Stellgeber raus und wenn das dann die Leitung abgeschnitten sind, kann man das einfach nach unten rausziehen. Einbauen ist natürlich bekomplizierter, da kann man es nicht zerschneiden. Kombi-Instrument ausbauen ist nicht unbedingt notwendig, aber ich würde an eurer Stelle die Sicherungshalter ausbauen, also locker machen, runternehmen, Batterie abklemmen, lockerschrauben, runternehmen. Denn, wir stoßen hier direkt gegen den Sicherungshalter, das war bei den 1600ern früher auch ein bisschen anders. Wenn der Sicherungshalter abgeschraubt ist, kann man den Fläscherbill rübernehmen und dann sieht man jetzt wahrscheinlich hier noch nicht so viel, aber dort vorn, da geht es raus. Da muss man jetzt mal gucken, man muss praktisch schon hier raus, es geht ein bisschen so einen Bogen weg an dem Geber, dass man da so rauskommt, dass der Schlauch nicht gekneckt wird und dass man später den Sicherungshalter wieder hinbauen kann. Das ist jetzt keine schöne Arbeit, das kann ich auch jetzt nicht aufnehmen, aber es ist machbar und irgendwann wird das dann hier fest sein und vorne kommen die Schläuche raus. Vielleicht ist es ja doch vom Vorteil, dass man das hier offen hat, da kann man da noch ein bisschen seitlich reingucken, wie das dann aussieht, wenn alles montiert ist. Oder du musst das kontrollieren. So, ich habe das jetzt lange nicht gemacht, war erstaunt, dass das so gut ging. Am kompliziertesten war es noch, hier diese Gummiddichtung sauber einzusetzen und lange nicht gemacht, weil 1600er hat es nicht und bei meinem Single Pointer, da kann ich bloß rumtricksen. Da ist ja so, der ist eigentlich schon zu jung, der muss es haben, aber der Single Pointer ist ein umgebauter Zweisitzer und da habe ich das auch hier drinnen so umgebaut, dass man das, das ist gar nicht da. Das ist ja anders Blech, da kann ich immer sagen, hat er nicht. Und damals, wisst ihr doch, Lada Deutschland war pleite und da haben die die Autos irgendwie so zugelassen und dadurch, dass es ein Zweisitzer ist, mein Single Pointer, braucht er praktisch keine Hilfenverstellung, wenn die Scheiben ja von vorne korrekt eingestellt sind. Komme ich seit Jahren immer drum herum, der Typ ist wahrscheinlich auch froh, wenn er sagt, oh gut, die Einstellung ist korrekt und damit ist das gut. Hier werden wir es brauchen und hier wollen wir es auch haben. Ihr seht hier, an dem Geber, ist so eine kleine Nase dran und hier ist in dem Kunststoff eine Aussparung. Also wird er eingebaut, dass die Schläuche hier zur Seite weggehen und dann im Bogen nach vorn. Das wird man jetzt hier nicht so schön sehen. Aber damit stört es auch keinesfalls die Kabellage vom Sicherungshalter. Legt einfach das schön parallel, dass die Schläuche hier schon über Kreuz springen und in den schönen Bogen und jetzt beim Festschrauben vom Sicherungshalter erstens darauf aufpassen, dass sich keine Kabel abrutschen. Schön gucken, alle fest sind und dann das vorsichtig hochdrücken, gucken, dass hier auch kein Kabel eingequetscht wird und das vor allem auch die Schläuche da nie gedrückt und eingequetscht werden. Und da macht man das schön sachte, da kommt das dann schon hin. Die Mutter hier zum Festschrauben, die setzt man einfach vorsichtig auf und dann nehmen wir die hier mit so einer Spitzzange und machen das so ein bisschen zack fest. Das ist hier im Kunststoff und dann kommt der Strich auf die Null. Das muss unbedingt, das ist ganz wichtig, das muss stimmen. So ist es auf Null und so ist es dann auf das dickste eingestellt. Wir machen es natürlich drucklos, damit es lange hält. Genauso wie im Innenraum, hinter dem Atombrett, sollte man sich auch hier draußen ein bisschen Mühe geben. Der längere Schlauch geht rüber zur Beifahrerseite, der kurze geht hier gerade raus. Dass man hier schon guckt, wie kommt es raus, bedenkt, hier liegt das Reservorat. Also das muss irgendwie noch jetzt mit Kabelwintern hier an den Hauptkabelbaum fixiert werden, hier wahrscheinlich mit dem, da ist der zu original. Hier an der Kante bitte schön gucken, dass das hier nicht zu hart rüber geht, denn das Neue ist, ist das schön flexibel. Vielleicht dreh ich hier noch ein bisschen die Dichtung, dass der unten rauskommt. Wahrscheinlich mache ich das. Ich habe ihn jetzt hier noch nicht in die Klipse zum Hauptkabelbaum schön gucken, dass er versteckt liegt, dass er nirgendwo an der Kante liegt. Dann geht er hier vorne da raus, wo auch das Kabel zu den Scheibenherfern rausgeht, also Fernlicht, Abländlicht. Und das Kabel wird dann praktisch hier in die Dichtung mit eingelegt. Die ist hier dafür, ist die hier geschlitzt. Da kann man bitte es rausführen. Das draußen zeige ich euch gleich anders. Auch vor allem hier an der Beifahrerseite, das wird dann noch hier noch schön fixiert, macht das so, wie es original war. Da macht es auch Sinn, sich zu überlegen, wie verlegt man das, oberhalb, unterhalb. Dass es auch hier an den Kanten liegt, vor allen Dingen, dass es hier nicht am Wischergestänge zu Konflikten kommt. Und hier dahinter hat man ja so eine Klammer, so eine Blechklammer, die, ich werde wahrscheinlich nie sehen, die da den Kabelbaum fixiert. Da habe ich es mal jetzt bewusst nicht drunter gelegt, das wird mir zu sehr gequetscht. Hier ist es jetzt noch nicht verlegt. Ich denke mal, ich baue das nochmal aus, um die ganzen Kabel hier, auch die Sensorik, alles nochmal schön zu machen. Da habe ich ein bisschen übereilt gehandelt, da ist auch noch Thermostat und dicht. So, da haben wir das, jetzt draußen am Scheinwerfer. Kann ich euch nicht zeigen, Rathausschalen, vorne Scheinwerfer, haben wir hier. Das ist so ein Lampentopf für Nivas mit Scheinwerfer für Höhenverstellung. Also früher war der Topf hier unten zu, jetzt ist hier so ein Teil dran, hier so ein Plasteteil. Das sitzt praktisch jetzt so da im Radkasten. Das sind die Kabel für das Licht. Die Lampentöpfe sind rechts und links gleich, also es ist immer der Anschluss für die Höhenverstellung unten, das Kabel geht immer links raus. Und da hat man jetzt einen dreckigen Lampentopf. Hier unten dran, so seitlich ein bisschen eine Nut, das seht ihr dann schon vor Ort, baut am besten das Rad ab, baut einen Radkasten aus. Und dann kann man das Teil, das hat hier unten, seitlich ist der Anschluss, hier unten ist so eine Klammer. Eine wilde Mietz und eine Klammer. Und dann wird das praktisch gerade herangeführt, aber ein bisschen versetzt, reingeschoben und dann wird das Stück gedreht, was für dich eine Achtelumdrehung, klack, ist es drin. Hier sieht man nochmal die Klammer, um die es geht. Und dann würde man, zum Abbauen, müsste man die Klammer ein bisschen reindrücken und das dann drehen, zur Seite, so wie eine Art Bajonettverschluss. Wie hier weiß, auf schwarz sieht man schöner, ein bisschen durchfummeln, dass der Gummibust hier durchgeht. Von hinten schön gerade ansetzen, aber eben nicht in die Endstellung bringen, dass das hier waagerecht weggeht, sondern ein bisschen nach oben reinschieben, das merkt man schon und dann, klack, ist das drin, hält. Und jetzt guckt halt hier der Pinöbel hier raus und hier kommt ja so eine Platte rein, wo dann der Reflektor festgemacht wird und die wird es sich dann verkippen oder nach unten wieder senken, wenn der ein- und ausfährt. Nichts war das so richtig. Wenn man weiß, wie das geht, kann man das auch mit eingebauten Radhausschalen machen, tut man sie ein bisschen fühlen, fummeln und dann plopp. So, jetzt ultimative Test, was bei den Multipointern ein großer Nachteil ist, ist jetzt mal ein Vorteil, man kann hier auch ohne Zündung an Licht anschalten. Das ist so noch eine Wechselschaltung. Da stimmt was nicht mit der Elektrik. Aber wenn man jetzt würde sagen, da kommt die Katze über die Motorhabe, das ist alles frisch lackiert, kann man das jetzt so hochdrehen. Und wenn man die drüben an hat, kann man das auch wieder runterdrehen, wenn man zum Beispiel das hinten stark beläht. Hoch, Hoch, Licht. Jetzt muss ich auch noch hier einen Fehler suchen für die Elektrik. Na super. Also an den Glühbirnen liegt es ja nicht, weil fernlich geht. Natürlich müssen die Scheinwerfer-Grundeinstellungen hier immer getätigt werden. Das lässt sich durch so eine Scheinwerfer-Höllenverstellung nicht machen. So, Elektrik beim Niva ist nichts, bevor man Angst haben muss. Zweimal Kontaktprobleme im Sicherungshalter mit den Temperetersicherungen. Also hier ist alles in Ordnung. Was mich bewunderte, hinten ging das Licht. Aber das ist laut Schaltplan auch separat. Und vorne sind halt zwei Sicherungskreise, Sicherungskreise, zwei Relais. Also insgesamt vier Kreise. Zweimal ablennt, zweimal fern. Und hinten ist dann das Apparat. Einfach nur Plus. So, geht alles. Billiges Teil. Geringe Haltbarkeit. Das ist einfach so, das wird euch jeder bestätigen. Die Alternative elektrisch funktioniert. Einbau ist ähnlich zu machen. Dann halt keine Schläuche, sondern ein Kabel verlegen. Schaut bei Lada Power im YouTube-Kanal oder halt bei Lada Power.com im Shop. Dort gibt es das. Vielleicht auch noch irgendwo anders. Ich bleib mal hier bei dem Alpwerden-System. Jetzt müssen wir es noch hochdrehen. Dann können wir zum TÜV fahren. Oh, die geht auch. Das ist was ganz seltenes. Oh, die geht auch.